Das Wörter KG des Heimatvereins unseres Selle und Prinzen Volker I. Aufmarsch bitte! Das Wörter KG des Heimatvereins unseres Selle. Die Kneifer, die Neider und Tanzbeckenverbeider. Die Glotzer, die Träumer und Partynachtversäumer. Die Bremser, die Blocker, an alle Stubenhocker. Antipartoffel, Helden und Langweiler ins Weh. Ein bisschen Spaß, das tut doch keinem weh. Nimm die... Nimm die Beine in die Hand, mach die Aufzugang. Tanz, 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 tanz. Nimm die Beine in die Hand, dreh dich durch das ganze Land. Tanz, 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 tanz. Das ist so schön, so schön. So schön, um still zu stehen. Nimm die Beine in die Hand, mach die Aufzugang. Tanz, 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 tanz. Hey! An alle Hüpfer, Granaten und Körperakrobaten. Die Könner, die Renner und an die Dauerbrenner. Die Spinner, die Bringer, an alle Hüften Schwinge. Die Schafen, die Laupen, die Wilden und Versaugen. An alle Partyjäger, schützt sich nicht der Verstand. Und darum, nimm die Beine in die Hand. Nimm die Beine in die Hand, mach die Aufzugang. Tanz, 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 tanz. Nimm die Beine in die Hand, dreh dich durch das ganze Land. Tanz, 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 tanz. Das ist so schön, so schön, so schön, so schön, so schön und still zu stehen. Nimm die Beine in die Hand, mach die Aufzugang. Tanz, 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 tanz. An alle hier, vor allem auch an dich. Heute steht der Spaß im Rampen-Pamilé. Nimm die Beine in die Hand, dreh dich durch das ganze Land. Tanz, 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 tanz. Nimm die Beine in die Hand, mach die Aufzugang. Tanz, 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 tanz. Hey! 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 Wuhu! Tanz, tanz, tanz. Hey! 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 Tanz, tanz, tanz. Wuhu! Ja! Super! Und Mikro schon leergequatscht, hör mal. Das schaffe ich in einer Stunde, super. Wenn das so weitergeht, hör mal. Mädels, ihr wart großartig. Es war absolut großartig. Wir bedanken uns und verneigen uns sehr bei euch. Wuhu! Da geht noch mehr! Da hört euch der Hinten kein Klatsch, Leute! Hey! 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 Es ist wunderschön, dass man sieht, das ist die Zukunft des Karnevals und darüber freuen wir uns sehr. Ganz herzlichen Dank. Ihr bekommt gleich noch eine Kleinigkeit von uns und einen Orden überreicht. Aber zuerst, zuerst, Volker, komm doch mal zu der Truppe hier. Sind ja alles auch irgendwie deine Mäuse. Alles deine Mäuse. Wir bedanken uns.